So, da sind wir auch schon wieder, der Daily One Crypt of the Necrodancer vom 28. August 2017. Mein Name ist Jake Lockson und wir legen direkt los, weil das wird eh nicht so lange dauern. Ja, bitteschön. Schon wieder direkt Shop, was ist denn das? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Gott sei Dank, es ist abortig teuer. Aber die Tasche können wir mitnehmen. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Naja. Was will denn der? Jetzt schon wieder wie hier. Mann, 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 Mann. Was war das? Oh, ich habe mein Messer geworfen. Das kann ich jetzt werfen, okay. Das ist mir noch nie passiert. Nee, Bombe. Ich, ja, ne, Daily One irgendwie. Naja, es geht bestimmt auch besser beim nächsten Mal dann. Eventuell. Bis dahin. Schönen Tag noch. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.